Also mischen Sie Edelmetalle, Edelmetallaktien, Qualitätsaktien, dann glaube ich, kommt man ganz gut über die nächsten Jahre. Professor Max Otte ist der Autor des Spiegel-Bestsellers Weltsystem Crash und sagte mit seinem Buch Der Crash kommt, die Finanzkrise 2008 voraus. Hauptberuflich ist er heute als Fondsmanager tätig, unter anderem für den Max Otte Vermögensbildungsfonds. Mit über 30 Jahren Erfahrung an der Börse stellt sich die Frage, welche Aktien hat Professor Max Otte heute, um sich für die Zukunft vorzubereiten. Wir wagen einen genauen Blick in sein Portfolio, viel Spaß beim Video. Wir schauen uns die 10 größten Positionen aus dem Max Otte Vermögensbildungsfonds an und starten hier mit der kleinsten Position. Auf Platz 10 landet das holländische Finanzunternehmen Flow Trader mit einem Anteil von 3,19% am Max Otte Fonds. Das Unternehmen ist ein sogenannter Market Maker aus Amsterdam und sorgt an der Börse dafür, dass Leute reibungslos ihre Wertpapiere kaufen oder verkaufen können. Das Geschäftsmodell ist vergleichbar mit dem einer Wechselstube. Möchte ich beispielsweise meine Euros in britische Pfund tauschen, bezahle ich einen Aufschlag an die Wechselstube, dafür, dass mir sofort die fremde Währung bereitgestellt wird. Das gleiche gilt für den Market Maker, nur statt Währung geht es eben um Wertpapiere. Der Aufschlag, an dem der Market Maker verdient, wird Spread genannt. Das Unternehmen Flow Trader machte seinen Rekordgewinn im ersten Quartal 2020 und zwar aufgrund der Pandemie. Der Gewinn war allein in diesem Quartal mit 262 Millionen Euro mehr als 5 Mal so hoch wie im gesamten Jahr 2019. Denn durch den Börsencrash wollten viel mehr Akteure wie sonst Wertpapiere kaufen oder verkaufen, wovon das Unternehmen natürlich profitierte. Denn mehr Aufträge bedeuten mehr Spreads, an denen Flow Trader verdient. Das Geschäftsmodell von Flow Trader ist zukunftsträchtig, denn egal ob es an den Aktienmärkten hoch oder runter geht, Flow Trader verdient mit. Platz 9 sichert sich das neuseeländische Unternehmen Ryman Healthcare mit einem Anteil von 3,43%. Ryman Healthcare betreibt in Neuseeland Seniorenwohnheime und Kliniken. Neben den Gebühren für die Unterstützung und Krankenhauspflege verdient Ryman gut an den selbstgebauten Seniorenapartments. Durch die aktuelle Pandemie stehen zur Zeit die Bauarbeiten für neue Projekte still, was den Wachstum des Unternehmens gefährdet. Langfristig gesehen bedeutet aber eine alternde Gesellschaft in der westlichen Welt einen Mehrbedarf für Alten und Pflegeheime, von dem das Unternehmen Ryman Healthcare natürlich profitiert. Auf Platz 8 haben wir das Bergbauunternehmen Barrick Gold mit einem Anteil von 3,49% am Max-Otte-Portfolio. Barrick Gold ist mit einer Jahresförderung von über 200 Tonnen Gold das größte Bergbauunternehmen der Welt. Neben Gold fördert das Unternehmen auch Silber und Kupfer. Barrick Gold verdient viel Geld, wenn der Goldpreis neue Höhen erklimmt, macht aber ebenso herbe Verluste, wenn der Goldpreis einbricht. Im Jahr 2011 konnte das Unternehmen einen Rekordgewinn von 4,5 Milliarden Dollar verzeichnen, als der Goldpreis sein zwischenzeitliches Hoch von knapp 2.000 Dollar erreichte. Als der Goldpreis bis 2013 stark zurückging, verzeichnete das Unternehmen herbe Verluste von mehr als 10 Milliarden Dollar. Wer darauf spekuliert, dass der Goldpreis weiter steigt, für den ist Barrick Gold sicherlich ein interessantes Investment. Für einen langfristig steigenden Goldpreis spricht beispielsweise die wachsende Geldmenge durch das zunehmende Gelddrucken der Notenbanken und die Angst vieler Menschen vor steigenden Inflationsraten. Die Position 7 sichert sich das schwedische Unternehmen AdTech mit einem Anteil von 3,6%. AdTech steht für Adding Technology. Das Handelsunternehmen vertreibt Hightech-Produkte aus 5 Sparten in über 30 Länder der Welt. Für die Sparte Automation verkauft AdTech Komponenten für die industrielle Automatisierung, wie beispielsweise für Robotik. In der Sparte Energie werden Produkte zur Übertragung und Verteilung von Strom hauptsächlich auf dem Markt der Energie- und Elektroinstallation verkauft. Weitere Sparten sind Komponenten, industrielle Prozesse und Stromversorgung. Das Besondere an AdTech ist deren Funktion als Schnittstelle zwischen Lieferant und Kunde. Sie entwickeln gemeinsam mit dem Kunden neue Lösungen in über 130 Tochterunternehmen. Gerade der Wachstum in Zukunftsmärkten wie der Automation lassen die Umsätze für AdTech Jahr für Jahr steigen. Auf Platz 6 schafft es die Bechtle AG mit 3,95% am Gesamtkapital. Das schwäbische IT-Unternehmen mit 12.000 Mitarbeitern hat zwei Schwerpunkte. Einer davon ist im IT-E-Commerce, bei dem Bechtle mehr als 70.000 IT-Produkte im Bereich Hard- und Software vertreibt. Der zweite Schwerpunkt liegt in den IT-Systemhäusern von Bechtle. Diese beraten Kunden hinsichtlich IT und beschäftigen sich mit dem Aufbau und Erwartung von IT-Infrastruktur in verschiedenen Unternehmen. Ein großer Wachstumstreiber sind hier Cloud-Rechenzentren. Hier bietet Bechtle für Unternehmen die Beratung und den Umzug in die Cloud an und setzt neben den eigenen Bechtle Cloud-Services auf andere Anbieter wie Amazon, Microsoft oder Google. Rund 35% der Bechtle-Umsätze kommen aus dem öffentlichen Sektor. Das Unternehmen profitiert also aktuell nicht nur von der stärkeren Nutzung von Homeoffice, sondern auch von der beschleunigten Digitalisierung an Schulen und in der Verwaltung. Durch zunehmende Digitalisierung in Unternehmen und im öffentlichen Sektor ist Bechtle ein klarer Profiteur der aktuellen Pandemie und dem damit verbundenen Zukunftstrend der Cloud und der digitalen Vernetzung. Auf Platz 5 mit einem Portfolioanteil von 4,12% schafft es das italienische Unternehmen Grupo Mutui Online. Grupo Mutui Online ist die Holdinggesellschaft von verschiedenen italienischen Vergleichsportalen, die den deutschen Vergleichsportalen wie Check24, Idealo.de oder Verivox sehr ähneln. Über diese Portale können Produkte verglichen werden und das Unternehmen selbst verdient durch die Vermittlung dieser Produkte Provisionen. Hauptsächlich werden Versicherungen und Kredite vermittelt, aber auch Handys, Computer oder Kameras können verglichen werden. Auch hier sehen wir einen Digitalisierungstrend, der die Leute mehr und mehr dazu bewegt, Produkte online zu vergleichen und auch dort zu kaufen. Gerade im Bereich der Versicherungen und Kredite gibt es hier hohe Provisionen, an denen Grupo Mutui Online über die Vermittlung auf Vergleichsportalen mitverdient. Den vierten Platz belegt das chinesische Unternehmen JD.com mit einem Portfolioanteil von 4,24%. JD.com betreibt eine gleichnamige Online-Handelsplattform und wird auch das Amazon Chinas genannt. Härtester Konkurrent ist das Unternehmen Alibaba, welches ebenfalls eine Online-Plattform für Produkte bietet. Während sich Alibaba aber nur als vermittelnde Plattform versteht, ist JD.com ein Händler, der vom Einkauf bis zum Verkauf alles selbst steuert, eben ähnlich wie Amazon. Das Spannende an JD.com ist die rasche Automatisierung. Während in Deutschland Paketboten unterwegs sind, liefern in China schon Roboterfahrzeuge und Drohnen die Pakete aus. Das könnte auch ein Grund dafür sein, warum sich zuletzt der Technologieriese Google am Unternehmen JD.com beteiligt hat. Das Unternehmen steht für Innovation und nutzt bereits heute Zukunftstrends wie Robotik und Künstliche Intelligenz. Auf das Treppchen und somit Platz Nummer 3 schafft es die Zurose Group mit einem Anteil von 4,37% am Max-Otte-Portfolio. Die Schweizer Zurose Group ist Europas größte E-Commerce-Apotheke. Darüber hinaus betreiben sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke Doc Morris. Im Juli 2020 übernahm zur Rose den führenden Münchner Telemedizinanbieter Teleklinik. Dadurch wird das angestrebte eigene Gesundheitsökosystem vorangetrieben. Gerade der Bereich der Telemedizin gewinnt aufgrund der aktuellen Pandemie weiter an Bedeutung, denn dadurch verstärkt sich die Akzeptanz dieser digitalen Gesundheitsdienstleistung. Das Unternehmen erwartet 2020 ein Wachstum von über 10% und der Digitalisierungstrend bestärkt weitere Wachstumsfantasien. Die Position Nummer 2 wird belegt vom amerikanischen Haustierversicherer Trupanion mit einem Anteil von 4,53% am Max-Otte-Fonds. Menschen lieben ihre Haustiere und genau darin liegt das Geschäftsmodell des Haustierversicherers Trupanion. Der Markt für Haustierversicherungen in Nordamerika steckt noch in den Kinderschuhen und genau in diesen Markt setzt sich Trupanion. Während in europäischen Ländern wie Schweden 40% der Haustiere versichert sind, liegt diese Zahl in Kanada nur bei 2% und in den USA nur bei 1%. Gerade Operationen und längere Krankheiten sind bei Haustieren sehr teuer und genau hierfür kann eine Haustierversicherung sinnvoll sein. Trupanion ist seit 20 Jahren am Markt und sammelt in der digitalen Welt wichtige Daten von Haustieren. Durch diese Datengrundlage schafft sich das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und kann damit Preise setzen, mit denen auch ein Gewinn erwirtschaftet wird. Das Wachstum lag über die letzten 5 Jahre bei satten 25% jährlich. Platz 1 mit einem Anteil von 27% am Max-Otte-Vermögensbildungsfonds bildet die Cash-Position. Damit wird von Max-Otte und seinem Fondsmanagement versucht, die Schwankungen des Fonds zu minimieren. Zudem wird, wie man so schön sagt, etwas pulvertrocken gehalten, um dann zuschlagen zu können, wenn die Aktienkurse nach unten stürzen oder wenn sich eine besondere Kaufgelegenheit bietet. Schauen wir uns die Performance der letzten 3 Jahre an, dann sehen wir, dass der Fonds mit einer Rendite von ca. 16% den deutschen Aktienindex DAX deutlich schlägt, aber hinter dem Weltindex MSCI World zurückliegt. Das heißt, trotz der Gewinneraktien aus dem Fonds gelingt es hier nicht, den Markt zu schlagen, was natürlich auch mit der hohen Cash-Quote von über 27% und den Managementgebühren im Fonds zusammenhängt. Was hältst du von den Max-Otte-Aktien und dem gleichnamigen Vermögensbildungsfonds? Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück den Like-Button und abonnier diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.